Urdhva Bhada Hastasana in Prapada Ustrasana ist die Kamelstellung auf Zehenspitzen mit den Armen, also Hastas, die Hände, Urdhva oben, gefaltet. Eine wunderbare Stellung, um dich zum Himmel hin zu bewegen, letztlich wie ein Stoßgebet zum Himmel zu sprechen und Brustkorb weit zu halten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017